In diesem Vlog geht es um einen Besuch in Dauphil in Karsang, einer schönen Registration in Wiesbengelen. Wir haben die Dauhill School erreicht. Das ist die berühmte Dauhill School. Meine Mutter und ich stehen vor der Schule unter einem sehr Hund Kiefer. Unser Auto ist dort geparkt. So sieht die Umgebung aus. Jetzt sind wir auf dem Weg in Richtung Dauhill Forest. Es ist ein Hohenwald. Die Kiefer sind hier so hoch. Sie können das grüne Moss auf dem Kiefernstern sehen. Touristen machen Fotos im Kiefernworld. Ich meine Mutter und mein Vater. Gemeinsam erkundet mit den Kiefernwald. Wir haben die Schulheit und die U um unser umwirklich genossen. Dieser Ort liegt in einer Höhe von 7100 Fuß bei dem Meer Spiegel. Jetzt gehen wir in Richtung der Altar-Kapelle auf dem Campus der Viktoria Boys School. Der erste Blick auf die alte Kiefer ist. Der erste Blick auf die alte Kappela. Von Dauhill. Es gibt viele Gehüste darüber, dass dieser Ortheim gesucht wird. Aber wir haben so etwas nicht gesehen oder erlebt. Also bitte verarbeiten Sie keine falschen Gehüste. wiederum immer wiederer. Bis zum nächsten Mal.